Jetzt gibt es eine neue Sicherheit beim Videokassettenkauf. Die Scotch Marathon Garantie. Garantiert brillanten Videogenuss. Aufnahme für Aufnahme für Aufnahme. 2000 Überspielungen ohne Qualitätsverlust. Neu. Die Scotch Marathon Garantie. Wasser enthärte? Brauch ich nicht. Das kann aber teuer werden. Trotzdem, Pulver. Erstes blöde Dosieren, dann klumpst auch noch. Das ist jetzt vorbei mit den neuen Calgon Taps. Das Nonplusultra gegen Magnesiumkalk. Nur von Calgon. Na, wenn das so ist. Neu von Margaret Astor. Velvet Lips, der 12 Stunden Lippenstift. Extrem haftfest, sehr geschmeidig und brillant in den Farben. Neu. Velvet Lips, hält über Stunden. Margaret Astor, The Beautiful Difference. Jetzt, jederzeit. Denn die Zeit ist reif, um aufzuräumen. Ich habe alles. Er könnte ein Problem für uns werden. Zu zweit sind sie ein Problem. Vater und Sohn. Ich komme aus der Zukunft. David Carradine und Ted Pryor. Seite an Seite. FutureZone. Future Force 2. Donnerstag, 22.15 Uhr. Aufbruch 7. In besonders miesen und brisanten Fällen kommt nur ein Mann in Frage. Mike Hammer, der härteste Schnüffler Amerikas, fängt da an, wo andere aufgeben. Im neuen Jahr gibt es endlich ein Wiedersehen mit dem coolen Privatdetektiv. Zum Serienstart wird er gleich einmal in eine gefährliche Geiselnahme eingeschaltet. Hallo. Hallo. Wo bin ich hier? Dann werde ich ihn mir vornehmen. Komm mir nicht mit dieser albernen Bruce Lee-Tour. Ich merke Sie für einen längeren Aufenthalt hinter schwedischen Gardinen vor. Als süßen Träumen erwacht. Danke der Nachfrage. Wir könnten uns beim Essen darüber unterhalten. In der Präsidentensfee. Verschieben wir es auf einen Abend, wo der Präsident garantiert nicht da ist. Wir könnten uns beim Essen darüber unterhalten.